Wie du schon im Titel gesehen hast, habe ich einen Monat lang jeden Tag 100 Kniebeugen gemacht. Auch wenn es mir am Anfang noch schwer fiel, klappte es nach wenigen Tagen fast schon automatisch. Erst war ich skeptisch, ob die 30-tägige Challenge überhaupt zu einer Veränderung führen kann. Doch entgegen meiner Zweifel war das eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Was in den 30 Tagen passiert ist und wie sich mein Körper in dieser Zeit verändert hat, erzähle ich dir im heutigen Video. Zuallererst haben mir Kniebeugen geholfen, Muskeln aufzubauen. Ich habe immer davon gehört und gelesen, aber ich habe es erst geglaubt, als ich die Ergebnisse sah. Selbst wenn ich mir auf dem Laufband den Arsch abtrainiert habe, waren meine Beine nie richtig durchtrainiert. Täglich 100 Kniebeugen zu machen hat mir geholfen, meine Oberschenkel und Waden zu trainieren. Auch wenn sie nicht so durchtrainiert sind, sind sie doch ziemlich straff und zum Glück gibt es keine Zellulite mehr. Auch mein Rumpf ist jetzt viel stärker. Ich habe festgestellt, dass meine Körpermitte automatisch aktiviert wird, wenn ich Kniebeugen richtig mache. Als ich meine Core-Übungen gemacht habe, hatte ich das Gefühl, dass ich mehr Wiederholungen schaffen kann als vorher. Mein Rumpf war nie stark genug, um eine 3-Minuten-Planke zu schaffen und heute schaffe ich das mühelos. Und wie könnte ich das vergessen? Meine Hüftgelenke sind fast unsichtbar geworden und das verdanke ich nur den Kniebeugen. Meine Körperhaltung hat sich ebenfalls drastisch verbessert. Ich habe diesen Artikel im Journal of Physical Therapy Science gelesen, in dem es heißt, dass die Kniebeuge eine kontrollierte Bewegung erfordert, bei der du ein paar Dinge im Auge behalten musst, wenn du dich auf- und abbewegst. Dadurch bekommst du eine bessere Kontrolle über deinen Körper und eine bessere Körperhaltung. Ich habe vor allem gelernt, dass Beine zu trainieren bedeutet, den ganzen Körper zu trainieren. Es ist eine weit verbreitete Meinung, dass Kniebeugen nur für den Unterkörper geeignet sind. Aber Experten und Studien zufolge wirkt sich die Kniebeuge tatsächlich positiv auf deine gesamte Körperzusammensetzung aus. Für deinen unteren Rücken, deinen Bauch, deine Seiten und vieles mehr brauchst du nur diese eine wunderbare Bewegung. Aber die größte Veränderung bezieht sich auf meine Gesäßmuskeln. Ich hatte vorher weder einen großen Hintern, noch war er sonderlich in Form. Aber die Kniebeugen haben mir geholfen, das zu ändern. Es dauert kaum 10 Minuten, um die 100 Kniebeugen zu machen. Das einzige, was ich mir merken musste, bevor ich loslegen konnte, war die richtige Art und Weise, wie ich sie ausführe. Sobald das geklärt war, gab es kein Zurück mehr. Abschließend kann ich nur sagen, dass es eine der besten Entdeckungen des Jahres war und ich auch nach den 30 Tagen definitiv damit weitermachen werde. Wenn dir das heutige Video gefallen hat, dann lass uns doch einen Daumen nach oben da. Vergiss auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keines unserer Videos mehr zu verpassen. Schau auch auf unserem neuen Kanal BodySculpt vorbei, wo wir jede Woche neue Videos zum Thema Abnehmen, Muskelaufbau und Fitness hochladen. Das war's auch schon für heute. Bis zum nächsten Mal und noch einen phänomenalen Tag!